Was geht ab YouTube? Taktics ist wieder back am Start. Mit der neuen GTA 5 Video für euch im Hintergrund. Und zwar könnt ihr mir wieder eure Fragen stellen, damit ich wieder so ein kleines Video machen kann für euch. Und ja, stellt auf jeden Fall mal neue Fragen, Leute. Nicht wieder so wie, wie alt bist du, weil solche Fragen hatten wir schon. Stellt auf jeden Fall neue Fragen, Dinge, die euch interessieren, die ihr gerne wissen wollt, über mich, über, keine Ahnung, YouTube oder sonst was. Stellt einfach alle Fragen, die euch so einfallen und addet mich auf jeden Fall auch auf Snapchat, da könnt ihr mir auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Oder ansonsten in die Kommentare ist es egal. Ich werde gucken, je nachdem, welche Kommentare gut sind, die werde ich dann mit ins Video nehmen. Und ansonsten, ja, lasst uns mal eine positive Bewertung da. Kommentiert fleißig und fragt fleißig. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, sage ich, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.